So, wie geht es denn auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht ganz viel in den Kopf bringen wollen? Ja, so. Okay, ich würde etwas interessantes sagen, diese ganzen Thesen aus dem Bereich Psychologie. Ja. Es ist total lustig. Wie sie meinen so. Ich hab mir das voll an. Das ist so eine Mischung aus, so ein Zwischending zu spielen. Guck mal. Das sieht nicht aus wie so ein normales Federklein. Das ist so eine Mischung. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen. Da steht das nicht. Guck mal. Da ist ein Mischung. Da ist die Mischung, da ist die Mischung, da ist die Mischung. Das ist so ein bisschen. Wollen wir weiter für die Femikale? Wolltest du die Femikale? Ja, okay, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.